Halli, hallo, halli, hallo, wir Kinder, da sind Kinder, wir sind froh. Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder. Große Kinder, kleine Kinder, dünke Kinder, dünne Kinder, guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder. Hallo, liebe Kinder. Hallo, liebe Kinder, wie geht's euch? Gut, mir geht es sehr gut. Hallo, heute lernen wir Kleidungsstücke auf Deutsch. Hoy vamos a estar repasando como se dice la ropa en alemán. Fertig. Der Kuloba. Der Kuloba. Der Schall. Der Schall. Der Schall. Der Kulur. Der Jose. Die Jose. Die Jose. Die Jose. Die Socken. und die Schuhe. Die Schuhe. Das ist alles. Auf Wiedersehen. Tschüss. Der Pulova. Die Hose. Der Schal. Die Schuhe. Die Socken. Spielen wir? Jugamos? Jetzt frage ich, was fällt? Les voy a preguntar, que falta? Los? Was fällt? Ja, der Pulova. Richtig. Was fällt? Die Schuhe. Was fällt? Was fällt? Die Schuhe. Was fällt? Was fällt? Die Socken. Was fällt? Die Schuhe. Der Schal. Gut gemacht. Die Schuhe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020